Hi, ich bin Hans und ich bin einer der Schöpfer von Kalimoto und in dem Video heute möchte ich euch über ein Thema aufklären bzw. euch eine Funktion erläutern, die echt oft genutzt wird. Die wird bei uns im Help Center sehr, sehr häufig aufgerufen und zwar geht es dabei um den GPX Import und Export. Dementsprechend werde ich euch zeigen, wie ihr in den Apps und auf der Webseite eine GPX Datei importieren könnt oder exportieren könnt. Ich werde euch die Limitierung erklären und werde euch zeigen, welche Vor- und Nachteile das Ganze mit sich bringen. Also viel Spaß mit dem Video. Was ist eigentlich eine GPX Datei? Eine GPX Datei ist ein Dateiformat, welches für GPS Exchange Format steht. Das bedeutet, das ist eine, müsst ihr euch das vorstellen, Dateiformat, was dafür da ist, GPS Daten zu teilen und es ist quasi wie eine Tabelle, wo diese Daten drinstehen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber GPX ist das weit verbreitetste Format, um diese Daten miteinander zu teilen. Wird von den allermeisten Navigationsgeräten, Navigations-Apps unterstützt und auch Kalimoto kann auf beiden Plattformen auf unserer Webseite GPX Dateien importieren und auf der Webseite und in der Android App könnt ihr diese sogar direkt exportieren. Die iOS App wird diese Funktion auch in Zukunft bekommen. Da sind wir aktuell noch in der Umsetzung und wir können euch dementsprechend auch in Zukunft in allen Plattformen anbieten, dass ihr die GPX Dateien importiert, aber auch an exportiert und an andere Geräte geben könnt. Das Ganze sieht so aus, dass wir in der Regel eine Datei bekommen, die ihr hochladen müsst. Also entweder habt ihr direkt auf dem Smartphone schon drauf oder direkt auf dem Rechner, sodass ihr die in Kalimoto importiert. Ich zeige euch das idealerweise auf der Webseite und zwar müsst ihr dafür die Kalimoto-Webseite öffnen und dort auf den Tourenplaner gehen und dort habt ihr dann die Möglichkeit rechts im Menü, da gibt es den Punkt GPX Import und da ist auch gleichzeitig daneben der GPX Export als kleiner Spoiler und dann wählt ihr einfach über den Browser, den Dateibrowser die Datei aus und ihr werdet sehen, nach dem Import wird die Datei, wird die Strecke, die wir importieren, direkt in der Karte angezeigt. Ihr seht außerdem die Abweichung zur ursprünglichen Strecke, das bedeutet der Kalimoto Algorithmus berechnet anhand der einzelnen Datenpunkte, die er sieht, eine Route mit seinem eigenen Routing-Profil und das sorgt dafür, dass es manchmal zu minimalen Abweichungen kommen kann, zum Beispiel weil die Strecke vielleicht eine Straße nimmt, die unser Algorithmus nicht benutzen darf, weil es vielleicht eine Anwohnerstraße ist und das wird dann aber farblich in der Karte markiert, so dass ihr genau sehen könnt, wo sind eventuell Abweichungen zu der ursprünglich geplanten Route oder der ursprünglichen Datei. Und danach könnt ihr diese Datei frei für die zusätzliche Planung wählen, könnt sie abspeichern, können sie auch noch verändern, zusätzliche Wegpunkte integrieren und die Route ist danach komplett in der Kalimoto Welt und kann dann danach in den Apps benutzt werden. Noch einfacher funktioniert das in den Apps direkt. Ihr könnt die GPX-Datei sowohl auf Android als auch auf iOS direkt öffnen, das bedeutet ihr werdet, ihr klickt im Dateisystem auf die GPX-Datei rauf und wählt unten in den vorgeschlagenen Apps Kalimoto, dann wird die entsprechende GPX-Datei in die Kalimoto App importiert und auch hier seht ihr automatisch den Verlauf der Strecke, die importiert wird und die Abweichung zur ursprünglich geplanten Route, falls diese vorhanden sein sollte. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, danach die Route zu verändern, Routenpunkte anzupassen, Points of Interest zu integrieren und somit die Route, die ihr importiert habt, ganz individuell auf eure Bedürfnisse anzupassen, sie danach zu speichern, um sie in eurem Profil abzulegen oder sogar direkt für die Navigation zu nutzen. Das ist alles bereits jetzt in der iOS und in der Android App möglich. Wo sie sich beiden unterscheiden, ist, dass die Android App mittlerweile sogar die Möglichkeit hat, das unter dem Tourenmenü zu machen, dass ihr einfach, wenn ihr unter meine Touren geht, unter den Reiter links unten, dann habt ihr oben rechts das Kontextmenü mit den drei Punkten und da gibt es auch noch die Funktion GPX-Import, wo ihr dann die Datei auch direkt auswählen könnt. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, wie ihr eine vorhandene GPX-Datei, die ihr von einer Webseite runtergeladen habt oder die ihr euch vielleicht einen Freund zur Verfügung stellt, direkt in die Apps oder auf die Webseite importieren könnt. Zusätzlich bietet die Webseite und die Android App zurzeit schon die Möglichkeit, auch GPX-Dateien aus Kalimoto-Routen zu exportieren. Auf der Webseite ist es sehr, sehr einfach. Ihr werdet einfach, genau wie vorher erläutert im Tourenplaner, eine vorhandene Route öffnen, beziehungsweise könnt auch eine Route direkt frei planen und habt rechts im Menü unten den Punkt GPX-Export, wodurch ihr einfach aus der vorhandenen Route eine GPX-Datei erzeugt und auswählt, wo ihr diese speichern möchtet. Ganz wichtig wäre es zu wissen, dass die GPX exportierte Datei in der Regel mit allen anderen Systemen kompatibel sein sollte, nur trotzdem können wir das nicht gewährleisten, weil jedes System automatisch halt anders rechnet mit den Informationen, die ihr dort hochladet. Es kann also sein, dass euer Navigationsgerät, das Garmin oder ein TomTom oder ein anderes Navigationsgerät, die Datei mit seinem eigenen Routing-Algorithmus verarbeitet und dadurch es zur Abweichung kommt zu der ursprünglich geplanten Route von Kalimoto. Dafür können wir nichts. Das liegt einfach daran, wie die Geräte jeweils mit der Datei umgehen. Wir halten uns an die Empfehlungen und Vorgaben für GPX-Dateien. Dennoch ist da jeder Hersteller etwas eigen. Dementsprechend sage ich euch gleich vorab, wenn ihr eine Tour 100% genau teilen wollt, nutzt definitiv die interne Teilen-Funktion von Kalimoto direkt, schickt es an den Usernamen oder nutzt die per Link-Teilen-Funktion, sodass der andere, an dem ihr die Route weitergeben wollt, definitiv die gleiche Route auf seinem Gerät hat, wie ihr auch geplant habt. So geht ihr sicher, dass ihr am Sonntag auch alle gemeinsam die gleiche Tour fahren. In der Android-App selbst ist es mittlerweile auch möglich und das ist eine Sache, die habt ihr euch in der Vergangenheit sehr sehr häufig gewünscht, deswegen haben wir das jetzt implementiert und es wird auch noch für die iOS-App kommen, dass ihr GPX-Dateien auch direkt in der App exportieren könnt, um sie dann an ein Navigerät oder vielleicht an einen Freund, der keine Kalimoto nutzt, weitergeben zu können. In der Android-App eröffnet ihr auch wieder die meine Touren-Sektion und sucht euch die Tour aus, die ihr exportieren möchtet. Wenn ihr eine Tour geplant habt, müsst ihr diese erst speichern, damit ihr sie in diesem Menü finden könnt und wenn ihr die Tour geöffnet habt, gibt es oben rechts wieder die drei Punkte als Kontextmenü und habt dann die Möglichkeit dort den GPX-Export auszuwählen und danach wählt ihr einfach den Ordner aus, wo ihr die Datei gerne speichern möchtet und dann habt ihr die Datei direkt bei euch auf dem Smartphone. Das sind die Möglichkeiten, die es zurzeit gibt. Ich betone noch mal, bevor es wilde Kommentare gibt, die iOS-App wird definitiv die GPX-Export-Funktion so schnell wie möglich ebenfalls bekommen. Und jetzt vielleicht noch kurz einige Punkte, die mir wichtig wären, die ich euch gerne mitgeben möchte. Der GPX-DAT-Import ist genauso wie der Export immer daran gekoppelt, wie gut die Qualität der jeweiligen Datei ist. Es kann Dateien geben, die werden teilweise in Foren angeboten oder bei Datenbänken, wo Touren für Motorradfahrer in bestimmten Regionen vorhanden sind, die leider dann ein Dateiformat haben, beziehungsweise die Struktur der Daten in dieser Tabelle ist für uns nicht lesbar oder hält sich nicht an bestimmte Konventionen, sodass die Route dann bei uns im System nicht importiert werden kann, beziehungsweise nur ein Kauderwelsch rauskommt, sodass das nicht die Route ist, die ihr gerne sehen würdet. Das ist leider für uns unmöglich, für jede Eventualität eine entsprechende Importmöglichkeit anzubieten, die tatsächlich sicher geht, dass es die gleiche Route wird. Deswegen sage ich es ganz deutlich, in der Regel funktionieren die meisten GPX-Dateien ganz einfach und unkompliziert. Es kann jedoch zu Schwierigkeiten kommen. Eine weitere Limitierung ist, dass GPX-Dateien, die bestimmte Streckenabschnitte beinhalten, die wir nicht nutzen können, zum Beispiel lange Offroad-Passagen dazu führen, dass unser Algorithmus die gar nicht umwandeln kann. Ihr müsst euch vorstellen, die GPS-Dateien, also die Positionen, die entlang der Route verlaufen, die wandelt er ja um mit seiner eigenen Routing-Logik in eine Kalimoto-Route. Und wenn da zu viele Punkte auf einer Straße liegen, die wir nicht befahren dürfen, die unser Algorithmus nicht verarbeiten kann, weil sie zum Beispiel eine Offroad-Strecke ist, dann kommt dazu eine entsprechende Meldung, dass ein Großteil der Route Offroad liegt und dementsprechend die Datei nicht importiert werden kann. Wir arbeiten bereits an einer Lösung dafür. Unser Ziel ist es, dass ihr diese Datei wenigstens importieren könnt und auf der Karte angezeigt wird, wo sie verläuft. Ihr werdet dann eventuell keine Abbiegehinweise bekommen, könnt aber direkt auf der Karte sehen, wo die Route verläuft und euch quasi dann daran orientieren und die Route trotzdem abfahren. Das ist eine Funktion, die wir für die Zukunft planen. Ich kann euch leider noch nicht versprechen, wann diese fertig sein wird. Dennoch geben wir unser Bestes, weil uns natürlich bewusst ist, dass es durchaus den einen oder anderen gibt, der seine BMW GS auch im Gelände bewegt und dementsprechend möchten wir euch natürlich auch die Möglichkeit geben, dafür Kalimoto zu nutzen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und das kleine Glöckchen unten aktiviert. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Wir beantworten jede Frage und freuen uns auf euer Feedback und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Kalimoto, allzeit gute Fahrt und bis bald.